Ich möchte Ihnen gerne mein neues Buch vorstellen, mit der Wildnis verbunden. In diesem Buch habe ich viele Lehrjahre bei Indianern, aber auch bei asiatischen Lehrern, bei Kräuterwalblein hier aus dem Allgäu, bei einheimischen Kräuterheilkundigen. All dieses Wissen habe ich gesammelt und zusammengetragen. Es soll Sie begleiten, hinaus in die Natur, damit Sie sich dort wieder zu Hause fühlen können. Es soll Ihre Wahrnehmung erweitern. Es soll Ihnen helfen, eine bereichertes Erlebnis der Natur zu bekommen. In 90 Übungen werden Sie Schritt für Schritt angeleitet, wie Sie sich wieder neu mit der Natur verbinden können. Wie Sie Ihre eigene Zeit finden können. Wie Sie Pflanzen zu Ihren Verbündeten machen können. Wie das Feuer Ihre Lebenskraft stärkt. Und wie die Zeit draußen Ihnen hilft, wieder zu sich selbst zu finden.